Musik Tosca ist ein unglaublich genialer Opern-Thriller und zehn meist aufgeführten Opern aller Zeiten. Musik Musik Im Januar 1900 Uhr aufgeführt und spielt am 14. Juni 1800, konkret am Tag der Schlacht von Marengo, der Schlacht von Napoleon gegen die Österreicher in Italien. Musik Musik Wir haben versucht, das Stück hier nicht geradlinig zu erzählen, so sozusagen realistisch eins zu eins wie in der Appellitur, sondern sozusagen in einer Rückblende einer Frau, die in diesem Fall die Darstellerin, Sängerin ist, die Tosca singt, einer traumatisierten Frau, die eben einen sexuellen Missbrauch erlebt hat und in der Rückblende, in einer Rückerinnerung, wie in einem Puzzle-Spiel sich alles zusammensetzt, wie es zu allem gekommen ist, also eigentlich ein typisches filmischer Trick. Musik Die Musik ist natürlich völlig unangetastet, ist ungeheuer dicht und das Spannende daran für mich vor allem, wenn ich jetzt glaube ich meine achte Tosca-Produktion gemacht habe, ist, dass ich mit jeder Produktion neu entdecke, wie ungeheuer genau die Musik nicht nur den Gefühlsregeln und der Szene und der Handlung folgt, sondern wie interessant sie auch leitmotivisch gebaut ist. Musik Sondern es sind ganz, ganz kurze, ganz knappe Motive, die zum Teil nur aus drei Tönen bestehen, die fast wie in einer Symphonie ungeheuer dicht durchgeführt werden, immer wieder verarbeitet werden. Manchmal kommen Themen an Stellen, wo man sie gar nicht vermutet und dann muss man im Grunde genommen, denkt man, die Musik, das ist doch, das kennt man doch, das liegt aber ganz anders, das haben wir doch an einer ganz anderen Stelle gehört. Und dann muss man im Grunde genommen für sich selber auch ein musikalisch entspannendes Puzzle-Spiel zusammensetzen und versuchen herauszukriegen, was diese Stelle jetzt vielleicht mit dem Thema, das man an einer anderen Stelle eingeführt hatte und psychologisch zu tun hatte. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020